Guten Morgen. Heute eine Information die garantiert für die meisten von Euch komplett neu ist, aber halt eigentlich gar nicht so wirklich neu ist. Initialzündung für die Beschäftigung des Themas war eine Mail von Sarala. Danke nochmal dafür. Generell wenn ihr interessante Themen habt, gerade im Bereich Gesundheit und Forschung immer her damit. Ich lächze förmlich danach bei allen aktuellen Dingen die mit unserer Gesundheit zu tun haben auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein. Genauso wie der natürliche Ballengang quasi ein Wissen ist was nur verschüttet und überlagert worden ist von der Industrie und dem Marketing, so ist der natürliche Stuhlgang auch in Vergessenheit geraten, zumindest in den Breitengraden in denen sich die Zuschauer meines deutschsprachigen Kanals vor allem aufhalten. Aber was ist denn ein natürlicher Stuhlgang und wie unterscheidet er sich von einem unnatürlichen und vor allem wo liegen die Gefahren eines unnatürlichen Stuhlgangs? Zum einen ein natürlicher Stuhlgang, das ist erstmal nur in Hockposition überhaupt möglich. Das ist die ureigenste Form wie wir uns schon immer entleert haben. Also nicht im Sitzen und einem schönen Wasserklosett, sondern wirklich das Hocken direkt über dem Boden. Das ist nämlich die Position wo der Musculus Puporectis komplett entspannt ist und gestreckt im Körper agieren kann. Dieser Muskel sorgt dafür dass der Mastdarm abgeknickt wird und der Stuhl den Körper nur dann verlässt, wenn es den entsprechenden Menschen auch für seine derzeitige Gesamtsituation zuträglich ist. Das was einerseits erwünscht ist, dass also durch das Abknicken des Mastdarms das Entleeren verhindert wird, ist beim Stuhlgang selber natürlich kontraproduktiv, weil dann möchte man sich möglichst schmerzfrei schnell und komplett entleeren. Und genau da beginnt die Problematik. Die Sitzposition, also nicht die Hock, sondern die von uns durchgeführte typische Sitzposition sorgt dafür dass der Mastdarm immer noch nicht komplett ungeknickt und damit rückstandsfrei entleert werden kann. Da der Musculus Puporectus in dieser Position immer noch angespannt ist, der Darm kann so nicht komplett entleert werden, da es immer noch diesen Knick gibt und dieser führt dazu dass dann auch Darmreste immer wieder vor dem Knick im Mastdarm verweilen, die im Worst Case zu Krebs führen können, wie Mikulas Rottmann anerkannter Chirurg in Wien meint. Auch sollte eine Darmentleerung komplett schmerzfrei und vor allem ohne Pressen natürlich vonstatten gehen, aber wie sehr haben wir uns schon dran gewöhnt auf der Kloschüssel zu sitzen und zu pressen und es gibt auch nicht wenige die trotz leichten Pressens nicht schmerzfrei kacken können, sondern richtig heftig pressen müssen, sodass der Kopf rot wird. Dass dies nicht natürlich und ideal sein kann ist augenscheinlich. Ein Punkt ist auf jeden Fall die Rohkosternährung womit man einen Riesensprung macht was die Darmgesundheit und auch die leichtere Entleerung angeht, aber eben auch die Sitzposition hin zu einem natürlichen Hocken, denn das Hocken verändert den Winkel zwischen Rücken und Oberschenkel von 90 auf 35 Grad und das macht sich bemerkbar darin, dass der Muskel locker ist und sich komplett entleeren kann. Und dazu muss man nicht sein komplettes WC rausreißen um sich dann stilecht in das entstandene Loch am Boden entleeren zu können, sondern es reicht schon vollkommen aus sich eine kleine Toilettenbank vor das WC zu stellen. Habe ich davon noch nie gehört vorher, aber jetzt weiß ich, das nennt sich Toilettenbank. Ich habe das Euch hier mal in dem Video demonstriert. Wie ihr seht ist der Winkel hier ohne Hocker 90 Grad ungefähr. Und was man nun leider nicht sieht, aber wo ihr mir einfach vertrauen müsst, dass der Muskel immer noch stark geknickt ist. Wenn man nun einen Toilettenhocker nutzt, der hier ist der Toilettenhocker Hooker von gleichnamiger deutscher Firma, den Link zum Hocker zu Amazon als auch den Link zur Firmenhomepage, den habe ich Euch unten in die Infobox gepackt, dann ändert sich der Winkel von außen sichtbar. Innerlich entspannt sich auf jeden Fall dieser Musculus Puporectalis so sehr, dass der Mastdarm komplett glatt und frei liegt und nicht mehr geknickt wird. Die gesundheitlichen Effekte einer Hockposition beim Stuhlgang sind auch in diversen Studien belegt. Zwei die ich gefunden habe, habe ich Euch mal unten in die Infobox auch reingepackt. Einer beschäftigt sich mit den Hämorrhoiden und Analfissuren und die andere mit Schmerzen und der generell positiven Wirkung eines natürlichen Stuhlgangs auf die Darmgesundheit. Natürlichen Stuhlgang, damit gemeint wirklich die Position, also dieser wirkliche natürliche Hockvorgang. Aber mal die Studien außen vor gelassen, Fakt ist und das merkt man selber und ich nun seit ein paar Tagen auch, dass man seinen Darm viel einfacher entleert und das kann man eigentlich gemessen am normalen Menschenverstand nur als positiv bezeichnen. Ich bin total froh dass mich Sarala auf diese Thematik aufmerksam gemacht hat und ich nun diesen Hoka bei mir stehen habe und wollte die Informationen unbedingt mit Euch teilen. Ich bin auch gespannt ob Ihr schon von diesen gesundheitlichen Vorzügen der Hockposition vorher gewusst habt und eventuell, weil das ist ja das Wissen das ist schon immer da gewesen, also jetzt nichts Neues, aber irgendwie war das nie ein Vorderschein getreten oder vielleicht selber so einen Hoka oder einen anderen Toilettenhocker bei Euch stehen habt. So wird dieses Gerät ja offiziell bezeichnet Toilettenhocker. Teilt mir Eure Erfahrungen mit und ob Ihr diese Sitzposition auch mal beim Studium probieren werdet. Ich aus meiner Sicht und ein paar Tagen Erfahrungen und vor allem mit dem Wissen um die gesundheitlichen Fragen. Ich frage mich ernsthaft warum ich auch wieder 35 Jahre gebraucht habe um an diese Informationen heranzukommen. Das ist eine Sache die man täglich macht und die man täglich falsch macht und wo der Mastdarm geknickt ist und wo Reste im Mastdarm bleiben was krebs verursachen kann. Ich verstehe nicht wie solche Informationen einfach nicht zu mir vorgedrungen sind bisher. Ich kenne alle Sieger des Grand Prix Eurovision de la Chanson seit 1980 und wahrscheinlich auch alle Bundesligameister seit jener Zeit, aber wie ich vernünftig kacke das habe ich nicht gewusst. Wie dem auch sei, wenn Euch die Anregung gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr auch in Zukunft wieder wichtige Informationen zu Eurer Gesundheit nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Mit beiden Aktionen und natürlich auch dem Kommentieren der Videos sorgt ihr immer dafür dass die Videos über den Durchschnitt der Standardvideos gerankt werden. Also ich hoffe dass ich Euch damit einen natürlichen und bewussteren Zugang zu Eurer Gesundheit wieder verschaffen konnte und dass ihr mal über Euren Stuhlgang nachdenkt. Denkt sozusagen beim nächsten Kacken an mich und die neue Position. Link für den Hocker gibt es unten. Aber man kann es einfach mal mit zwei umgedrehten Töpfen ausprobieren. Das heißt man nimmt einfach zwei Töpfen, dreht sie um rechts und links und dann probiert man erstmal die Position aus wie das so für einen ist. Ich werde relativ schnell merken, dass die Entleerung viel einfacher und mit viel weniger Druck ist. Es fühlt sich am Anfang komisch an, aber probiert es einfach aus und teilt mir Eure Erfahrungen dann Feedback zu Eurem Erlebnis bei Eurem neuen Stuhlgang. Macht's gut Euer Christian. Tschüss.